Hallo liebe Towerstars-Freunde, eine neue Saison beginnt, beziehungsweise die Hauptrunde. Natürlich für uns alle wieder etwas Besonderes und deshalb haben wir auch einen besonderen Gast, den wir euch ja schon die Weile schuldig sein. Matt Affaro ist hier nach dem Training heute und zunächst einmal die Frage nach sechs Wochen Vorbereitung. Da gibt es jede Menge zu lernen. Es gibt viel Eis, es gibt eine neue Taktik vom Coach. After sechs Wochen pre-Season, a lot of Eis practice, a lot of off-Eis, a lot of learning a new system from the Coach. How do you feel after the six weeks? I feel good. I feel ready to go. I think we've put in a lot of work in those six weeks and I think we're ready to start tomorrow. When we start tomorrow at the face-off, it's the first time we fight for points. Is it something special even for you if you have a long experience as a pro? Yeah, but this is a new league for me. This is all a new experience. So I'm excited to see our fans and it's great we get to start in our building. Die Frage war nach der gewissen Nervosität, wenn es erst mal um Punkte geht. Es ist für ihn ja trotzdem was Besonderes, wenn es ja erst mal um Punkte geht, egal ob in Nordamerika oder in Deutschland. Something special tomorrow. There's a trophy will be on the ice. We give it back to the league. So a lot of guys are played last year in the finals. For you it's different. You're totally new in Europe. Is it a special anyway for you? Yeah, I mean to even be a part of this, obviously starting a new season, but to be around this team and to see what it took last year, I'm glad that we have a lot of guys returning. It's the reason I came here, is to help them win again. And yeah, I'm excited. Aber auch für ihn was Besonderes in diesem neuen Team zu sein und er freut sich definitiv drauf. In Nordamerika haben wir eine kleine Eisfläche. In Europa haben wir einige Teams, sogar in der Liga, haben eine kleine Eisfläche. Wie denkst du über die Eisfläche? Ist es anders für dich? Die Frage war nach der Eisfläche. In Nordamerika kleiner, hier in Ravensburg ein bisschen größer. Ja, ich meine, es ist anders. Es hat ein bisschen getrennt. Aber als ich in der Universität in Calgary war, haben wir auf einem olympischen Eis gespielt. Also habe ich ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich hatte ein bisschen Erfolg. Und ich mag das größere Eis. Das ist natürlich immer was Besonderes, wenn die Saison jetzt neu anfängt. Auf was wird es da ankommen? Was wird das wichtigste? In der ersten Spiel oder in den ersten Wochen? Ich denke, dass wir die letzten sechs Wochen haben. Wir sind in den Details. Wir sind wirklich in den anderen. Wir sind in den System und zeigen, dass unser System funktioniert. Und ich denke, dass wir einfach spielen. Dann werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf den kommenden Sonntag. Also das Spiel am Freitag wird ja schon ein richtiger Kracher. Aber am Sonntag geht es vor allem weit hier mit dem Bus. Da fahren wir nämlich nach Weißwasser. Es geht morgen zum Sext los. Sonntag, der erste away-game. Wir gehen um 6 Uhr in der Morgen. Was machst du auf dem Bus mit der Zeit? Ich versuche ein bisschen zu schlafen. Vielleicht ein paar Filme zu sehen. Aber ich bin glücklich, dass wir den ersten Tag auf den Weg bekommen. Es wird eine interessante Erfahrung. Natürlich das erste Spiel. Wir hoffen natürlich, dass da richtig voll wird hier in der CAG-Arena. Natürlich auch eine prickelnde Stimmung. Was hast du über die Atmosphäre in den europäischen Rängen gehört? Ist es anders als die Mana-Leagues in den USA oder in Kanada? Ja. Ich habe gehört, dass es anders ist. Ich habe gehört, dass es ziemlich laut und rowdy wird. Und auch wenn ich in der Präsaison in der Pflege schaue, ich schaue mich in der Türkei und die ganze Spiel stehen. Das ist etwas, das ich in Nordamerika noch nie erlebt habe. Ich freue mich, was unsere Fans bringen können. Dann freuen wir uns drauf. All the best for you here in Ravensburg and for the season and stay healthy. Ja, wir freuen uns natürlich jetzt riesig auf die neue Saison, auf die neue Hauptrunde mit diesem Topspiel gegen den EC Bad Nauheim. 20 Uhr geht es los. Sichert euch eure Tickets am besten im Vorverkauf. Das war es mal von uns. Noch mal einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen pünktlich um 20 Uhr zum ersten Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim. 12. 12. 13. 15. 16. 17. Vielen Dank.